Wir sind schockiert. Das ist der Zettel, den ich heute in der Früh von Schülerinnen und Schülern des BORG 3 an der Eingangstüre erhalten habe. Die österreichische Öffentlichkeit ist fassungslos. Fassungslos, dass es in diesem Lande möglich ist, dass Kleinkinder, dass Schulkinder unmittelbar vor einer Wahl auf eine menschenunwürdige Weise von der Polizei abgeholt werden und dann, wie im Fall der beiden Zwillinge, ohne ihre Mutter in ein für sie fremdes Land abgeschoben werden. Viele Menschen sind fassungslos und viele greifen auch jetzt zu diesen Mitteln, dass sie mit Flugblättern, mit Demos auf diese unerträgliche Situation aufmerksam machen wollen. Ich möchte dazu gratulieren. Ich möchte euch herzlich begrüßen, die Schülerinnen und Schüler, und ich möchte euch gratulieren zu diesem zivilen Widerstand, den sie hier leisten. Zu oft haben wir das gehört in der österreichischen Diskussion, zu oft von Ihnen, Frau Innenministerin, diesen fürchterlichen Satz. Recht muss Recht bleiben. Diesen Satz haben wir sehr oft gehört. Die Schülerinnen und Schüler des BORG 3 antworten Ihnen mit Bert Precht. Sie antworten Ihnen mit Bert Precht. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Applaus Im Fall dieser Zwillinge haben Sie von Schmerzen gesprochen, wenn Sie die Kinderaugen im Fernsehen sehen. Ich möchte Sie gerne fragen, was tun Sie denn, wenn diese Schmerzen zu groß werden? Schalten Sie dann den Fernseher ab? Klappen Sie die Zeitung zu? Oder gehen Sie zum Schreibtisch und schauen einmal nach in Ihren fremden Gesetzen, in Ihrem humanitären Aufenthaltsrecht und überlegen sich, wie Sie vielleicht solche Situationen vermeiden können, wo nicht Sie leiden, sondern die Kinder leiden und die Familien leiden. Das wäre eine bessere Alternative. Und stoppen Sie, stoppen Sie unverzüglich diese beschämenden Familienabschiebungen von Menschen, die hier ihre Heimat gefunden haben, von Kindern, die nichts anderes kennen. Dann können Sie vielleicht Ihre Schmerzen anders bekämpfen. Das für mich berührendste und beeindruckendste Interview in dieser Diskussion, die quer durch ganz Österreich gegangen ist, war wohl von Hans-Jörg Ulreich, dem Gründer des Freundes-Schützenhaus in Wien, der das aus folgendem Motiv getan hat. Er ist Vater eines Sohnes und der Sohn hatte einen Freund, einen besten Freund im Kindergarten, den besten Freund in der Volksschule, den besten Freund in der Schule und dieser Freund wurde von einem Tag auf den anderen einfach abgeschoben, einfach entfernt, einfach weggeschoben. Und er konnte das seinem Kind nicht erklären, warum. Und niemand kann das Kindern erklären, warum Kinder, die jahrelang mit Ihnen gemeinsam auf der Schulbank sitzen, mit Ihnen gemeinsam Fußball spielen, mit Ihnen gemeinsam am Spielplatz herumtoben, mit Ihnen perfekt deutsch, perfekt integriert ihr Leben teilen, warum diese Kinder auf einmal unser Land verlassen müssen. Das können Sie niemandem erklären. Versuchen Sie es heute diesen Schülerinnen und Schülern zu erklären, was das für ein Recht sein soll, dass Kinder kein Recht in diesem Land haben, das Leben zu leben, das sie seit Jahren, seit sechs Jahren, seit acht Jahren, seit zehn Jahren haben, die gar kein anderes Leben kennen. Versuchen Sie das einmal zu erklären. Oder versuchen Sie es andersrum. Versetzen Sie sich in die Situation dieser Mutter, der Zwillinge. Ich kann Ihnen nur sagen, ich schließe das für niemanden aus, dass es jemandem von uns auch einmal schlecht geht, dass es jemandem psychisch schlecht geht. Dass er mit irgendeiner Krankheit, vielleicht Burnout, kann ich auch Sie einmal betreffen, im Krankenhaus liegt, in einer sehr, sehr schwierigen Situation, suizidgefährdet, wie diese Mutter war. Und dann in dieser Situation nimmt man ihr die Kinder weg, nimmt man ihr beide Kinder weg. Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation tun würde. Ich würde für mich keine Garantie abgeben, was ich in dieser Situation tun würde, wenn es mir schlecht geht und man nimmt mir meine beiden Kinder weg. Und dieses Verständnis sollten Sie als Mutter auch einmal aufbringen, für eine andere Mutter. Einfach nur für einen anderen Menschen, der genauso seine Kinder liebt, wie Sie, glaube ich, Ihr Kind lieben. Das hat nichts mit gut und schlecht zu tun. Ich glaube, es gibt eine große Grundlage in dieser Gesellschaft und es gibt eine Grundlage, die mittlerweile in Österreich aus den Augen verloren gegangen ist. Das Recht, das Wohl des Kindes. Sie weigern sich mittlerweile seit Monaten die Kinderrechtskonvention, die genau diese Perspektive in den Mittelpunkt auch der rechtlichen Situation stellen würde. Dass wir vom Recht des Kindes ausgehen. Ein Kind hat nicht die Rechte in Österreich, nach 18 Jahren hier zu bleiben, obwohl es nichts anderes kennt. Das haben wir nicht. Es können 16-Jährige nach wie vor von ihrer Familie getrennt abgeschoben werden. Sie treten die Rechte der Kinder in diesem Land mit Füßen. Mit Füßen. Und das muss ein Ende haben. Das muss ein Ende haben. Die Liste der Verschärfungen in diesem Bereich in den letzten zehn Jahren ist unendlich lang. Das Fremdenrecht und das Asylrecht, das humanitäre Bleiberecht müsste man mit der Scheibdue hier vorführen. Mit all den Begleithandbüchern. Das ist mittlerweile nicht einmal mehr zu tragen. Und es gibt keinen einzigen Experten und Experten in Österreich mehr, der mit Recht von sich behauptet, ich durchblicke dieses Gesetz, diesen Wulst von Verschärfungen, die ausschließlich aus politischen Emotionen heraus zustande gekommen sind und nicht aus Vernunft. Niemand mehr, der diesen Wulst durchblickt und in irgendeiner Weise vernünftige Schlüsse daraus ziehen kann. Wie kann es sein, dass Menschen und Familien, die nur einen einzigen Asylantrag stellen, nur einen einzigen Asylantrag, trotzdem acht Jahre warten müssen? Nicht Folgeanträge und sonstige Dinge, die sie immer behaupten. Einen einzigen Asylantrag und nach acht Jahren kommt dann der Bescheid negativ, sofort das Land verlassen. Ich kann Ihnen eine Liste geben von diesen Familien, die nur einen einzigen Asylantrag gestellt haben und trotzdem warten, warten, warten und ihr halbes Leben mittlerweile hier verbracht haben. Da stimmt etwas bei den Grundlagen nicht mehr. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit irgendwelchen Geschichten, das ist ein Einzelfall oder die Gesetze sind ja eh so super, nur der Vollzug ist schlecht. Das ist das Lied, das im Moment die SPÖ singt. Das ist falsch. Die Grundlagen stimmen nicht mehr. Wir brauchen hier eine Totalreform, die darauf abzielt, Kinder wieder in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns zu rücken, ihre Rechte anzuerkennen. Und wir brauchen einen Stopp dieser unerträglichen Familienabschiebungen. Das ist in Österreich nicht mehr erträglich. Was sind Ihre Erfolge jetzt die letzten zehn Jahre in diesem Bereich? Die Fälle werden immer schrecklicher. Also die gestrige Bekanntmachung von der Stadtzeitung Falter, dass ein fünf Monate alter Säugling, dessen Vater Österreicher ist, ein Kind eines Österreichers nach Tschechien abgeschoben wurde, die Mutter kommt aus der Mongolei und nicht mit seiner Familie zusammen sein kann. Die Mutter und das Baby vom Vater zu trennen. Welche Gesetze machen dann solche Wahnsinnigkeiten möglich? Ist das der Alltagswahnsinn im Fremdenrecht, wo man einfach akzeptieren muss, Recht muss Recht bleiben? So etwas kann man nicht mehr akzeptieren. Ein Säugling gehört zu seiner Familie. Dazu gehört Vater und Mutter. Und wenn das das Kind eines österreichischen Staatsbürgers ist, wie können Sie das erklären, dass dieses Baby nicht in Österreich aufwachsen darf? Erklären Sie mir das bitte einmal. Weil das können Sie niemandem erklären. Und das steht im vollkommenen Widerspruch zu jeglichen Vorgaben, die die Menschenrechtskonvention macht und vor allem auch die Kinderrechtskonvention. Und machen wir eine gemeinsame Anstrengung, diese Kinderrechtskonvention jetzt tatsächlich auch auf eine Ebene zu heben, auf eine verfassungsrechtlich verbindliche Ebene, dass sie diesen Missstand, diesen unerträglichen Missstand in Österreich abdeckt und abschafft. Ich weiß von den Verhandlungen, wir haben das sehr genau beobachtet, Ihre Sohr und Sie auch als Person haben genau bei diesen Kinderrechtsverhandlungen sehr darauf gedrängt, dass genau dieser Bereich der Menschenrechts-, Fremdenrechts-, Asylbereich damit nicht abgedeckt ist. Dass es einen Gesetzesvorbehalt gibt. Dass diese Rechte dann genau für Menschen, die nicht den österreichischen Reisepass haben, für Kinder, die zwar hier leben, aber nicht den österreichischen Reisepass haben, nicht gelten. Und das werden wir auch nicht mehr länger hinnehmen. Dieses Märchen, das Sie uns erzählen, wir wollen die Kinderrechte nicht umsetzen. Sie wollen weiterhin Kinder einfach abschieben. Sie wollen hier freie Hand haben und Sie wollen nicht, dass da irgendeine verfassungsrechtliche Vorgabe Ihnen das verhindert. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ja, und die Nummer mit den Gesetzen, die Gesetze sind ja ohnehin so gut, nur der Vollzug ist schlecht. Ich möchte mich hier nur anschließen an viele Experten aus dem menschenrechtlichen Bereich und auch aus dem juristischen Bereich, wie der Kollege Oehlinger. Kollege Schaaf, vielleicht könnt ihr uns kurz zuhören. Ich spreche jetzt gerade zu Ihrer Argumentation. Also die Nummer, dass die Gesetze gut sind und nur der Vollzug schlecht ist, mit dem kommen wir nicht mehr durch. Und das kommen Sie auch in Ihrer eigenen Partei nicht mehr durch. Präsidentin Brammer hat gesagt, sie ist zornig, zu Recht. Und viele, glaube ich, in Ihrer Partei sind zornig, dass Sie in diesen Fragen ständig nachgegeben haben, jeder Verschärfung nachgegeben haben und dutzende leere Stühle mittlerweile von Schülerinnen und Schülern tatsächlich in den Schulen stehen, wo sich die Kinder fragen, wo ist meine Kollegin und mein Kollege hin? Ändern Sie die Grundlagen, ändern Sie die Gesetze und stoppen Sie die Möglichkeit, voll integrierte, perfekt deutsch sprechende, junge Menschen, in die die Republik Österreich investiert hat, in die Schulbildung investiert hat, die einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten und auch leisten wollen, dass diese in unserem Land bleiben können und machen Sie eine Reform dieses humanitären Aufenthaltsrechts und des freien Rechts möglichst rasch. Danke. Applaus